Der Pflegeberuf hat sehr viele positive Seiten. Das ist zum einen die Nähe zum Menschen. Man arbeitet direkt am Mensch. Man kann das nicht vorprogrammieren. Es ist keine vorgegebenen Sachen, sondern man muss immer improvisieren. Man muss sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung übernehmen. Ja, es gibt natürlich auch negative Sachen, mit denen man klarkommen muss, die Krankheiten der Menschen. Aber man sieht auch, wenn die wieder gesund werden, wenn man sie nach Hause entlässt, gibt das ein unwahrscheinlich gutes Gefühl. Das heißt, der Pflegeberuf hat an sich sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Schwalmstadt, Nordhessen, das sind die Kliniken Schwalm-Eder. Das sind zum einen die Standorte Melsungen und Schwalmstadt. Melsungen ist der kleinere Standort, Schwalmstadt der größere. An beiden Standorten hat man Einsatzmöglichkeiten in der inneren Medizin, in der Chirurgie, in der Geriatrie. Und am Klinikum Schwalmstadt kann man auch die Gefäßchirurgie, die Geburtshilfe, die Gynäkologie und die HNO-Abteilung besuchen. Das sind so bei uns die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Unsere beiden Standorte Schwalmstadt und Melsungen sind halt beides kleine Standorte, sehr familiäre Standorte. Es sind beides Häuser der kleinen und der kurzen Wege. Man kennt schnell jeden, jeder kennt jeden, man passt aufeinander auf. Wir sind alle Teil eines Teams, die zusammenarbeiten. Deshalb freuen wir uns, jeden Mitarbeiter begrüßen zu können, der Teil unseres Teams werden möchte.